Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde TTT mit Nephias, mit Xenex, mit Krabs1, mit VitaWolf, mit Verdemis, Grenz, DaluCard und mit mir, Anonymous. Hallo. Ich bin Detective und der Verdemis ist bei mir. Hilfe. Ich bin Detective und das ist Dophis. Wir haben ja zwei Detectives. Runter von meinem Haus. Wie ist das? Wir haben wirklich zwei Detectives, Leute. Ja, bitte? Hier wurden wieder die Server-Kontext schlecht eingestellt. Wieso? Zwei bei Absicht. Zwei bei Absicht. Hier ist ein Vogel. Anne ist im Traitor-Shop. Geh da rein, Anne in die Traitor-Kammer. Tschüss. Hallo, ich stehe oben auf dem Berg. Ja, was war das? Irgendjemand hat Anne getötet oder wie? An der Fahrstuhl hat sie getötet. Hier war auch gerade jemand. Ja, ich war hier. Ich geh runter, Krabs. Wenn du wirklich inno bist, dann musst du... Das ist ein Vogel. Ich häng mich jetzt hier dran und geh rein. Das ist ein Vogel da oben. Hier, Xenex schießt auf den Vogel. Grants und Xenex bei mir. Beide. Ja, und wer dem ist auch. Ich hab einen Haken gehört. Da sind wir ihre Leiche nicht mehr. Guck mal, da hängt einer rum und zielt nach oben auf uns. Ich bin das. Ich hab aber gesagt, dass sie auf dem Turm stehen. Du hast dein Licht an übrigens wieder. Ei, ich mach nix. Du hast dein Licht an. Ich suche gerade die Leiche von Anne. Ich hab den Shotgun gefunden. Anne ist tot. Ey! Boah, der oben. Wer oben auf dem Turm ist, wollte mich umbringen. Nein. Ich war gerade in der Tür des Fahrstuhls. Ich hatte Krabs nicht schießen sehen. Er wollte mich mit dem Fahrstuhl umbringen. Ach, doch, sag das doch. Ich hab, lass mich doch ausreden. Was ist da los? Ich habe meinen Satz gerade noch angefangen, als ich in der Tür des Fahrstuhls war, wollte er mich einquetschen. Hilfe! Das war mein Satz. Ich werd hier von Baden geblockt. Ich habe den Satz. Look, ey. Ich muss auch immer mehr... Ach, man kann hier durch. Ist das Smoke, Nephias? Ist detektiv. Grants ist es! Grants ist es! Nein! Dalu flieht vor mir! Ohne Grund! Grants ist es, Leute! Ich verkünde die Botschaft! Ich verkünde die Botschaft! Halt! Vita schießt einfach auf mich, obwohl er detektiv ist! Ja, holt ihn doch! Grants ist direkt hinter mir! Tötet doch Grants! Der andere ist doch Xenex! Ich bin's nicht! Dann hau doch ab von mir! Leute, Grants ist, glaub ich, direkt hinter mir! Wo ist Grants? Ich hab, wer Demis auch! Ich brauch Hilfe! Da ist Bester, da ist Wer Demis. Aber wer ist da noch? Ich brauch Hilfe! Ja, klar! Wer ist denn noch da? Wo ist er? Dalu? Da unten ist Dalu! Er schießt schon wieder wiederholt! Grants ist fast tot! Grants ist fast tot, Leute! Grants ist tot! Grants ist tot! Und wo haben wir noch den anderen? Ich kann ihn aber nicht... Wer ist da? Ich sag, es ist Xenex der andere! Xenex! Xenex ist der andere! Ich weiß es nicht! Ich glaube, es ist keine Aussage! Du bist Detektiv! Du musst sagen! Ja, nee, nee! Ich will wissen, wer überhaupt noch lebt! Ich schmeiß mir eine Waffe weg hier! Sagt mir Infos, wie viele noch leben! Wer Xenex lebt? Wer hat den Turm? Wer hat den Jens erschossen? Ich hab Grants erschossen! Okay! Wer Demis, guck mal nach Grants hinter dir! Wo ist Grants? Da! Ich da! Passt auf, dass er nicht die Leiche mitnimmt! Passt auf, dass er nicht die Leiche mitnimmt! Trader! Trader! Das ist ja auch klar gewesen! Okay! Ah, nur noch 74 Jahre! Sorry, Krabs, dass die Leute mich nicht haben aussprechen lassen! Nein, nicht hier! Es tut mir unglaublich leid, aber du hast wirklich den Knopf gedrückt, als ich im Fahrstuhl stand! Nein! Wer ging doch nicht anders! Krabs? Achso! Egal, mal klären wir gleich! Ach, aus dem Totenreich wird gesprochen! Ja, ich hab den... Wer ist da hinten? Ach, da ist da noch, okay! Okay, okay! Also werden jetzt entweder gleich Xenex oder Wer Demis anfangen zu schießen! Nefias ist immer noch in der Sniper-Position! Ja, aber Nefias hat einen Traitor erschossen! Ja, deswegen denke ich, dass es immer noch Wer Demis ist! Moment, was heißt denn mit Denken? Theoretisch müsstest du es ja wissen! Wenn du weißt, dass es Wer Demis ist! Ich weiß es dann, dass es Wer Demis ist! Komm! Wenn du Inno bist, erschieß ihn! Trau dich! Trau dich! Trau dich! Nur ein Duell zwischen uns beiden! Nur ein Duell zwischen uns beiden, Wer Demis! Los! Xenex! Ja, macht ein Duell! Duelliert euch! Komm her! Trau dich! Duelliert euch! Schieß zurück, Wer Demis! Du bist Traitor! Aua! Schieß! Das ist der Anweisung des Detectives! Schieß! Er haut ab weg! Es ist Wer Demis! Nix da! Doch! Wenn du weißt, dass du Inno bist, kannst du ja Xenex erschießen! Weil dann müsste er ja Traitor sein! Bleib doch bei Xenex! Ey, ich versuch's ja! Wo ist er hin? Das ist Wer Demis! Ein schlechtes Traitor verhalten! Kein schlechtes Traitor! Er ist hinter dir gleich Nephias! Ja! Komm bitte! Das war Xenex! Was? Ist der tot? Nein, Wer Demis ist noch hier! Oh fuck! Wer lebt jetzt? Oh nein, 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 nein! Uuhu! Pfff! 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 Könnt er nicht bringen, Leute! Er lebt denn jetzt so! Ich hätte ihn abschießen sollen! Ihr Schweine! Ahaha! Hih-Ah! Hih-ah! Hih-ah-ha! Hih- человека! Mikrofon muted! за bueno! Mух s stage, April 1, 2 Oh 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 yeah! Ich hab mir eigenhändig erschossen. Hallo. Ich bin vertrauenswürdig, glaub mir. Mhm. Wo bist du eigentlich? Komm, ich helf dir. Wenn Grants wieder da ist, ich beschütze dich. Ja. Ich hab leider gar nichts. Ich muss erst mal eine Waffe suchen. Hier liegen Waffen, da wo du gestorben bist. Ja, aber da wurde schon auf mich geschossen. Achso. Nefias hat ja hier... Weißt du nicht? Hast du ein Radar? Hm. Nee, ich hab... Hoppala. Äh. Jetzt ja. Wo ist er? Unterm Leuchtturm irgendwo. Nee, Quatsch. Oder? Ja, doch ja, irgendwo unterm Leuchtturm. Dann geht er wahrscheinlich durch die... die Gänge. Ei, ei, ei. Hättest du mir mal helfen können gegen Vita, ey. Ich hab... Wieso? Vita hab ich doch mit erschossen. Ah, echt? Okay, ich dachte, du hast da noch deine... Nee, 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 ich hab mit drauf geschossen. Hä? Ach, da ist der Detective. Danke. Hast du ein neues Radar? Nee, kein neues. Wie lange dauert es noch? Äh, sieben Sekunden. Okay, dann sag wieder. Also jetzt wird's oben am Turm angezeigt. Jetzt der grüne... Der grüne Punkt müsste es sein, ne? Ja, muss ja. Wenn du mich siehst, ich bin jetzt nämlich unten. Ja. Oben im Turm. Okay. Im Leuchtturm. Ich knall mich nicht ab, ich geh jetzt. Ich bin jetzt im Leuchtturm. Okay. Ich bin hinter dir quasi. Okay. Ah! Hat irgendwas explodiert? Ja, ja, war nur ne Dingens. In der Ecke, in der Ecke. Alles klar. Verdammt. 12 Sekunden. Ich hab noch gesagt... Wieso bin ich in diesem Aufzug gestorben? Äh, du standest... Nein, nein, du bist... Ein Fuß war im Fahrstuhl und einer nicht. Kannst dir denken, was passiert? Ja, ich hab dir nicht... Was war das, Krabs? Es gibt an dem Fahrstuhl drei Knöpfe. Oben, Mitte, unten. War denn noch jemand im Turm? Nefias hatte mich die ganze Zeit im Visier. Ich hab auch gesagt, Krabs hat irgendwie nichts gemacht. Der stand da nicht. Ja, aber wer war denn noch im Turm? Wir waren doch die einzigen beiden im Turm. Grants kam noch direkt hoch und hat den nächsten erschossen. Das hab ich ja nicht geschossen. Reden dürfen, aber Mieter Wolf hat gehandelt. Ich war noch mit ihm... Moment, und du hast gesagt, er wollte dich töten. Ja, aber mit Begründung wollte ich doch erst mal. Der Satz war so lang. Frage nochmal nach. Du sagst, du bestätigst es. Nein, nein, hab ich nicht. Ich geh über den Rand und töte Krabs. Und dann sagst du, ich wollte ausreden. Wenn ich tue, wenn es ist Krabs, dann werde ich rechnen. Ich hab... Fahr! Fahr! Scheiß, war still fertig. Oh nein. Er wird mich in der Mitte abfangen. Da halten wir jetzt zwei Detectives. Ist das nicht ein bisschen krass? Wieso hatten wir immer? Nein, wir hatten immer nur ein Detektiv. Ach, wir hatten vorlauf zwei. Auch in dem riesigen Haus. Echt? Mit drei Etagen haben wir zwei Detektives gehabt. Krass. Ich weiß nicht, was ich machen soll als Traitor. Da hinten ist einer. Das Problem ist, der Enderhaken ist zwar saugeil, aber die haben keinen Radar. Ey, hier ist ein dicker Stein. Kann ich den aufheben? Einer stirbt. Oh, ich komm hier nicht hoch, ey. So. Ich überrolle, wer dem... Oh, shit. Nix da. Aua, jetzt hab ich nur noch reinsitzig leben. Das ist schade. Du kannst doch jetzt nicht deinen ehemaligen Kumpan einfach so in den Rücken fallen, oder? Warum nicht? Er ist da. Da ist Nephi, er ist ein bisschen verletzt. Weil ich gerade gefallen bin von der Leiter. Ich bin die Leiter nicht hochgekommen. Ich bin die Dinger. Der wurde geschossen. Ja, euer Zex hat auch noch geschossen. Der Detektiv hat geschossen. Ich wollte gucken, ob die Dinger komplett gehen können. Anne hat geschossen. Habe ich gar nicht geschossen. Halt, Vita schießt auf mich. Ja, du hast zuerst geschossen nach da unten. Ich hab dich auch gesehen. Du Sniperst hier rum, du Lüppel. Nein! Vita, dich bitte nicht. Oh Mann, Vita. Ich will dich nicht töten. Geht doch. Vita, ist der nicht Detective? Ja, ich weiß. Deswegen habe ich auch keinen Bock, ihn zu killen. Aber du hast gesnipert. Nein! Du stand hinter dir. Das war Anne. Pass auf. Jetzt kommt, wer dem ist. Oh Mann. Wer dem ist, pass auf. Oh ey. Nein! Da schießt jemand. Ja, ich auch Grenz. Schon wieder ey. Du bist aber auch riskant, junger Vita. Was denn? Ich stand hinter ihm geduckt und er zweimal raus ist. Ich bin auf dem Turm. Da hat jemand den Disguiser gehabt. Krebs ist tot. Krebs liegt hier oben. Ist tot. Nein, er ist abgespürzt. War das Grenz? Ich hoffe. Nein, das war ein Detective. Na toll. No. Detective, selbstmord, Leute. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Okay, wie viele leben noch? Wie wenig kann ich trauen? Ah, es sind beide. Xenex, es sind beide. Grenz und Wer Demis wieder. Nein, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Hört auf. Hört doch auf. Du lebst noch Xenex, oder? Ja. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Was bist du? Hast du mich gesehen? Wo bist du denn? Hier, vor dir jetzt. Genau hinter dir. Okay. Er muss oben sein. Guck mal oben auf den Turm. Ja, ich weiß. Ich habe irgendjemanden auf den Turm erschossen. Du hast ihn erschossen? Ja. Okay, dann gehe ich hoch. Warum hast du eine Grappling? Der Detective, der sich selbst umgebracht hat, hat den ja fallen gelassen. Ähm, hier. Nephias hast du erschossen. Und Grenz hat eine Fake-Leiche geworfen. Du hast ihn nicht gekillt. Grenz lebt noch. Okay. Hast du einen Radar? Ne, warte. Moment, Moment. Es kann doch keine Fake-Leiche. Wieso ist der? Grenz ist Traitor? Nephias ist angeblich Traitor? Doch, einer muss... Wer dem ist, lebt doch auch noch, oder nicht? Ja, der ist unten. Dann, ne, wer dem ist, ist tot, wurde nicht confirmed. Und unten, wer auch immer das ist, ist Traitor. Unten, also Nephias ist durch Fallschaden gestorben und liegt oben auf dem Turm. Das heißt, Nephias muss die Fake-Leiche geworfen haben, du hast Grenz erschossen. Wie lange hast du noch bis zum nächsten Tick? Vorbei. Der ist oben, äh, am Strand irgendwie. Leute, in meinen Augen hat Xanx mich trotzdem random gekehlt, weil ich hatte den Disguiser aktiviert. Hier, ich seh ihn. Es ist Nephias. Ab Near Death ist er. Du musst den Rest machen. Ich vertraue dir, Detective. Wo ist er? Wo ist er lang? Seh ihn nicht mehr genau. Bist du das wieder unter mir? Ja. Hier. Ach, scheiße. Wo ist er lang? Irgendwo in dem Feld. Also da hab ich ihn angeschossen. Genau da, wo du stehst, hab ich ihn angeschossen. Warte auf den nächsten Tick. Ich seh auch eine Sniper-Pose hier oben. Ja. Der hat nix mehr. Der muss ja Near Near Death sein. Jetzt sag mal, ey. Das ist ja gut. Wer hat dich erschossen, Alter. Ich hab dich erschossen, Krabs. Ich hab dich erschossen, Krabs. Weißt du da oben auf dem Turm, Grants? Ja. Und wieso hast du mich erschossen einfach? Weil es waren nur noch vier Leute übrig. Ja und? Du wusstest doch nicht, dass es Dalu nicht ist. Doch. Doch. Woher? Weil ich so vertrauenswürdig bin. Und, AGAIN, wall' aus. Gut. In. Bavin. Olden. singular. San. arin. ��. ¿ thế.